Hallöchen Leute auf YouTube! Willkommen in meiner neuen Wohnung und zwar in der Wohnung in Köln. Ich bin jetzt vorgestern hierhin geflogen und wollte euch einfach an diesem Samstag ein kurzes Update geben, weil gestern so eine ganowige Folge Poco One kam ohne richtiges Thumbnail und auch heute weiß ich nicht wie ich die Videos rausballern soll. Das liegt ganz einfach daran, dass ich in meiner leeren Wohnung sitze und noch keinen Internetanschluss habe. Ich habe weder Internetanschluss noch Tisch, deswegen konnte ich nicht streamen gestern. Sorry nochmal dafür für alle die gewartet haben. Ich muss gucken wie ich dieses Video hochlade. Ich muss mir irgendwo einen Hotspot suchen beziehungsweise zu solo gehen, um dieses eine Video, diese eine Info für euch rauszuhauen. Ich dachte hier erreiche ich ein paar mehr Leute als auf Twitter. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich bin jetzt in Deutschland angekommen, bin in meine Wohnung eingezogen, bin jetzt gerade dabei mich einzurichten. Jetzt leider das Wochenende hat alles geschlossen. Ich brauche ein Bett, ich brauche so viele Sachen. Ich habe nichts hier, außer mein Equipment, das ich mitgebracht habe von der Schweiz. Und ja, ich wollte euch einfach wissen lassen, dass in der nächsten Woche, also in dieser kommenden Woche mehr oder weniger alles vonstatten gehen soll. Das bedeutet drei, vier Tage wird es wahrscheinlich noch komische, thumbnail-lose, unregelmäßige Uploads geben. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Dafür werdet ihr danach viel mehr Content haben und richtig heftigen Content. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. By the way, auch an alle, die warten auf das Merch. Ich habe ein bisschen Merch hier mitgebracht, aus der Schweiz, für diejenigen, die noch bestellt hatten. L und S von den Größen her. Die werde ich jetzt auch die Tage noch abschicken, sprich Montag, wenn die Post wieder geöffnet hat oder Dienstag, je nachdem. Und die ganzen Ems, also alle, die Medium bestellt haben, die sollten auch diese Woche noch hier in Deutschland ankommen. Also alles Merch, alle Leute, jeder einzelne, jeder restliche, der bis jetzt noch nicht bekommen hat, sollte es die nächste Woche, sprich übernächste Woche dann zu Hause haben, je nachdem, wann das dann ankommt. Und ja, meine Wohnung sieht aus wie ein Stück Scheiße. Kann ich die Kamera hier drehen? Kann ich gar nicht. Nee. Aber ihr seht hier draußen riesen Berg an Müll und da ist das ganze Merchzeug und so. Also ihr seht, sobald ich das alles hinter mir habe, jetzt die zwei, drei Tage muss ich noch durchschuften, hier Stuff vorbereiten für die Wohnung. Und sobald alles läuft, sobald ich Internet habe, sobald ich zur Post komme und so weiter, wird alles kommen. Macht euch da keine Sorgen. Ich wollte einfach nur ein kurzes Update geben. Alright, das war es auch schon. Wir sehen uns hoffentlich bald. Bis dann.